Es gibt ja immer den schönen Spruch für Olympische Spiele, das dabei sein ist alles, zählt für mich nicht. Und wenn ich dabei bin, möchte ich definitiv auch eine Medaille holen und die Bestleistung kriegen. Also hier hat alles angefangen und es ist eigentlich auch cool, dass es immer noch meine Heimstrecke ist. Nele ist eine kleine Streberin. Ja, das hat schon richtig da geschmerzt. Ein kleiner Nervensnamburg in der Notaufnahme. Er ist erstmal ein sehr konsequenter und ein sehr starker Trainierer. Vier Einheiten am Tag machen wir, also morgens als erstes immer aufs Wasser erstmal raus. Das Wattenschieben ist das Schwierigste am ganzen Training. Ja, das ist so toll. Die Ziele, die man schon erreicht hat, mit dem wieder zu erreichen, das ist eine Herausforderung. Das ist so toll. Ja, das ist so toll. Ich muss mich etwa dafür, wenn ich habe das Ein Indeed Live aufgefangenen. Also, ich kann mich übernommen, wenn ich jetzt mal nicht zu sagen. Ich muss mich übernommen, wenn ich mich übernommen, dass, was ich so großartig ist. Vielen Dank.